Die Zeiger drehen sich und ich weiß aber nicht wohin Trotzdem führt mich ein Weg ohne Plan und ohne Sinn Wie ein ahnungsloses Kind, dass er mitten eines Dabberin zum Herring Verbring die letzte Zeit nur mit Tippen und Texte schreiben Geh entlang der Zeit, versuche weiter zu feiern Warum sollte ich mich beeilen? Ich folge in meinem inneren Schrein Taten an, nach Alkohol und Zigaretten hilft nun wenig alles vergeblich Ich brauch ne neue Sichtweise, neue Scheibe die ich auflege Aufstehe und weiter nur, einen Traum lebt denn alles im Leben vergeht Nur der Traum, er bleibt bestehen, deshalb fokussiert's auf Rap Du bist stolz auf dein Lebenswerk, Panda-Inzucht Deine Geburt noch für die Welt, nur Vandalismus Ich rette Mutter, erne den Bild, überragende Diskunden Bokuspokus, ich betreib Schamanismus Ja unantastbar für den Dreck, diese Rapper so perfekt Geht unter Deck im Rap-Geschäft, wir baller Lines aus dem FF Flow relax, weil ich schätze, das ist doch gut, ich krass verschätze So sehr ihr euch bemüht, ich bleib bestehen bis zuletzt Der Untergrund ist hart, mein Freund, wieder einmal sehr enttäuscht Wirklich niemand, der sich traut, scheint als wäre ich euer Alkohol Ja ich geh weiter meinen Weg und bleibe niemals stehen Egal was für Hürden kommen, ich werd sie leicht umgehen Ja keine Schranken, die mich halten, ich werd schlechte Tagesspalten Meine Hand zu Faustballen, dreh es an, pack es an Halt mich immer über Wasser, hab genug Luft Luft, jede Line aus dein Mund, die gleich verpufft Weil ich weiß, dass ich nichts beweisen muss Zwischen Rap und mir herrscht Algorithmus Hey, so wie die Niagama-Fälle, Digger, spüle euch einfach weg Fließendes Gefälle, verteile Wortschellen Ein für alle Mal, ich schlag mich nicht mit Fake-Rappern roh Miese Reimsetzung und Wackenlines, ja Probiert euch ihren Rap-Style, eins zu eins Doch Einsicht führt zur Besserung, Null-Ende-Tot Einfach abgeschaut und bumm, könnt ihr diese Zahl nicht feiern Versteht ihr nichts von dieser Rap-Kunst? Fatality How many fingers am I holding up, Winston? Four And if Big Brother would say, not four, five, then how many? Four Again then, how many fingers am I holding up? Five, five, five Do you see how the mind can be controlled? Do you not have style, you just say, well, here I am, you know, as a human being, how can I express myself totally and completely? Now, that way, you won't create a style, because style is a crystallization, you know, I mean, that way, it's a process of continuing growth. And then, you can use the same, and that way, you just say, well, here it comes through the same, which is a